Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge Call of Duty Abarth in Mb3 weil ich finde Mb3 die beste Call of Duty hier darfst du kommen, ne? Mb3 natürlich, der will mich schon killen soo und dazu noch, letzte Zeit spiele ich nur Call of Duty Mb3 hier macht wohl Bock jaa ich wiffel gar nicht erst jetzt fang er toll umsonst, umsonst fick host, ficken host oh oh scheiße fick dich mann halt die Schnauze wenigstens trau ich mir was zu sagen soo, äh, die verlabern mir die Scheiße ah scheiße was es geht alter scheiße warte was? er hat mich gekillt ja der hat zu, äh alter normalweil ey das ist unmöglich, dass er konnte mich killen oh Herr, es hat gewusst, dass ich bin da gespawnt dann scheiße oh Herr oh, wo, ja der fucking Camper, der kämpft ganze Zeit dort schweiß dich ach du, feindliche Vorräte ach du, feindliche Vorräte schweiß äh ja der schon wieder der geht mir piss schon aber hallo wut wut alja ALJA waw waw yungh waw yungh an HALJ tschüss bo JAAA KLAAR JÜNGE wie? oder die Camper oder sowas sind ich jetzt alter Das heißt aber, dieses Spiel finde ich am Besten. Ja, der legt schon. Wow! Man! Feindliche, verbesserte Aufklärungsdrohne gesichtet! What the? Ey, oh ne Scheiß! Die campen oberhalb! Solche Sch... ...Spiele hat... Ja! Fort! Endlich! Geh da lang! Vielleicht niemand kill mich so schnell! Tschüss! Ja, der... Alter! Alter! Kämpfen! Der ist schon... Alter! Alter! Überall die... Jetzt! Hablich! Endlich! Oh! Oh! Fick! Ja, das war klar auf mich! ... ... ... ... ... Alter! ... 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